Meine Damen und Herren! Herzlich Willkommen an unserem Circus Cochimus! Erleben Sie unseren Jonneur, der mit den Bellen durchgegeben wird! Erleben Sie unseren Domter mit dem Löwen! Erleben Sie unsere Tänzerin mit ihrem Teichan! Erleben Sie... Erleben Sie den Direktor mit meinem guten Aussehen! Erleben Sie noch den Clown, der mal auf den Arm tritt! Wir begrüßen Sie unseren Gewichtheber! Mein Name ist Direktor Dominik! Und jetzt viel Spaß bei unserer Aufführung! Einen großen Applaus für unsere Künstler! Und jetzt kommen wir an! Eine große dueleile Worte! Gäst du! Ja! Und jetzt kommt der Lauf von der Lauf an. Musik 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 Ich bin Katharina. Ich bin Donnie. Und wir? Wir sagen schön, das war sehr gut. Bye-bye. Tschüss ihr alle, ich hab euch gerne. Ja, ich muss nicht sagen, wir haben euch gerne, dass ihr direkt ins Internet stellt. Applaus